... Mit der Stadion 7 ein frischgepackter Paarer auszufragen. Mit der Nr. 7 auch immer gut zu haben auf alle. Da kommt auch ein verdammter Schilderländer. Mit der Startnummer 1. Er versucht natürlich, seine Leiterleute zu jagen und Autor und Freunde, Niederhelfer wieder mal, mit der 43, Jürgen Oehrig. Ja, gestern noch in der ersten Vorbereise, die erzahnten, wir wissen, an Kai König und zu Ihnen und der 16. von Rüney Stühnemann. Er kann diesen Lauf für sich entscheiden, vor Enrico Janoschka. Ja, dann auf Platz 3, Christian, unser, unser, sind wir vorbeigegangen. Auf der Gegengrad, in Führung. Ja, aber in Führung. Dirk Fabrik von Jürgen Pippe auf 3, Max Ticke mal auf 4. Ja, jetzt gut, wenn er auf 2. Das hat er sich bestimmt anders vorgestellt, aber er kämpft noch. Er will dir noch was vorfahren. Und da vorbei. Er ist wieder auf 2. Direkt vor Tiro. Und da auf die Dienste. In Tiro. Immer noch Thomas Holtz. Und Thomas Holtz gewinnt. Für Hotel zu Post. Gastlichkeit von 1838. Und hier ist die 4. die hier am Riss übergekommen. Skundern. Geht hier auf den Q. Im Fronten werden gekippt. Auf Platz 1 und 2. Ja, 1 und 2. Schatz. uuuuuuh Ja, Ulloni Archimicada ist hier. VonSU in Holstein, Sport. Schatz. Ja, ich hab' kein neuer. Aus demltd gentechischer Schlafh sowie Vielen Dank.